Herzlich Willkommen liebe Leute zu dem Video wo wir geswinnt haben. Wer das Blattfares Team gewonnen hat? Ich weiß es schon, aber ihr vielleicht noch nicht. Falls ihr hinter dem Mond lebt, keine Ahnung. Also ich kann sagen es ist mal wieder standardmäßig alles blattfeste Auswahl. Team Familie hat tatsächlich mehr Stimmen bekommen und zwar deutlich mehr Stimmen, fast die Hälfte hier, aber jetzt kommt das große aber. Sowohl bei Standard als auch bei Profi tun Freunde überwiegen. Ja und jetzt alle die irgendwie Mathe resten können. 1 für Familie, 2 für Freunde. Was ergibt das? Hm. 2 für 0, es war 1 für Freunde. 2 für 0 für 1. Ja, aber Mathe ist nicht so meins. Ja und damit haben Freunde gewonnen in diesem Splatfest. Richtig unnötig meiner Meinung nach. Aber okay. Aber es ist immer das Team wo ist. Trämmen verliert halt. Immer so. Ja das war es so mit dem Video. Alter hier eine Minute zwölf hier. Ja gut. Wollte einfach nur mal so ein Tropfen besser Team gewonnen hat. Ne. Hauts rein Leute. Wir sehen uns beim nächsten Splatoon Part wieder. Machts gut bis dahin. Und ciao.